So, das ist dann die Quittung für die Praxisgebühren. Ach ja. Ja, was fehlt Ihnen denn? Äh, ja, es ist, äh, 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 tsch. Ja, ein bisschen genauer wäre schon hilfreich, hm? Ja, also ich hab, ich hab Probleme mit der Prostata. Glaube ich. Hm, nun gut. Und wie macht sich das bemerkbar? Ja, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber ich spür da unten schon irgendwas. Na gut, ja. Dann kommen wir mal nicht immer hin, Sie abzutasten. Sie kennen das? Nein. Dann, äh, ziehen Sie mal bitte Ihre Hose aus und die Unterhose auch und dann beugen Sie sich hier nach vorn, ja? Ja. Mhm. So. Ja, ja, da scheint aber alles in Ordnung zu sein. Äh, äh, äh. Was soll das denn jetzt? Äh, ja, komm mal weiter, mach weiter, schön abdassen, schön abdassen, nicht aufhören, nicht aufhören. Äh, auf 10 Euro kann ich aber verlangen, oder? Stopp den Missbrauch bei der Praxisgebühr. Eine Initiative des Ärztebundes. Ja, mach mich falsch, du Frau. Ja, ja, ja.